Ja, servus meine Gamerfreunde, hier ist euer FatalP. Heute ist das siebte Türchen dran. Ihr hört es schon ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet und auch müde, aber das liegt einfach nur daran, dass ich krank bin. Und ich habe ziemlich lange geschlafen und versucht mich auszukurieren. Ich sehe gerade, ihr habt unter das siebte Türchen nichts drunter geschrieben. Dann machen wir das folgendermaßen. Derjenige, der morgen gewinnt, bei dem achten Türchen, Entschuldigung, bei dem achten Türchen gewinnt, der bekommt das DLC hier noch oben drauf. Und mal gucken, wer das halt morgen gewinnt. Naja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr nichts drunter geschrieben habt, weil ich mache mir die Mühe, 24 Tage 24 Türchen aufzumachen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel gehört, der Alex Kalender macht zu, von Alexi Beksi. Der hält das anscheinend nicht durch, aber ich halte das durch. Aber es ist halt echt schade, dass so wenige Leute hier drunter schreiben. Auch wenn das Game vielleicht jetzt nicht so besonders ist. Aber es ist gratis, Leute. Wenn ihr was gratis bekommt, nehmt es doch einfach an. Nehmt es doch an. Ich will jetzt nicht hier rumheulen. Das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich hier rumheulen wollen oder so. Aber es ist halt einfach die Wahrheit, ja. Es ist einfach wirklich die Wahrheit. Nehmt einfach diese gratis Geschenke an, meine Freunde. Nehmt sie an. Nehmt sie einfach an. Aber gut. Ich will euch jetzt nicht noch ein bisschen Zeit rauben, sondern ich schneide das jetzt und lad das hoch. Also bis denne. Ciao.